Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und heute geht es um 24 Tim und seinen Schad-Erfolg. Und ich habe das Wort Erfolg in Gänsefüßchen gesetzt, also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr vielleicht auch lachen. Und ich möchte hier das Ganze auch so ein bisschen in Frage stellen. Zu Beginn wundert euch nicht, ich bin erketet, ich denke das hört man auch. Mir geht es so lala, ich schone mich auch die ganze Zeit, aber ich will ja trotzdem hier auch die Uploads für euch abliefern. Und wundert euch jetzt nicht, dass ich vielleicht jetzt die nächsten Tage nicht zu sehen bin, beziehungsweise mich noch ein bisschen angeschlagen anhöre. Ich schone mich aber ansonsten. Und ihr könnt mir einen Gefallen tun, mir Serien und Filme auf sämtlichen Streaming-Portalen vorschlagen. Denn ich habe jetzt Zeit, ja, also schlagt mir alles vor, was ihr jetzt in letzter Zeit gesehen habt und was ihr cool fandet. Und ja, ich möchte jetzt auf Tenty for Tim eingehen, denn wie schon fast gedacht ist er tatsächlich auf Platz 1 gestartet. Und wenn man sich jetzt mal die Top 5 der deutschen Charts anguckt, sieht man dort Luciano mega gehypt, der auch letzte Woche auf Platz 1 war. Denn Nina Chumma spricht bei dir, glaube ich, auch ein süßes Lied, ja, also hat mir auch ganz gut gefallen. David Guetta kennt man auch, einen Weltstar. Und Sam Smith, einer der besten Sänger auf unserem Planeten, würde ich sagen. Also der kriegt ja mit der Kopfstimme Töne hin, da ist man ja neidisch, ja, also unfassbar. Auch ein Welthit rausgehauen, überall, ganz oben. Und ja, Tenty for Tim kennt ja keine großen Namen. Der ist jetzt quasi auf Platz 1 gestartet. Und warum ich das jetzt ein bisschen fragwürdig finde, möchte ich hier erläutern. Ich habe nichts dagegen, wenn man seine Reichweite nutzt und sagt, ey, ich habe hier einen neuen Song rausgebracht, hört euch den an. Aber Tenty for Tim hat das auf so eine aggressive Art und Weise gemacht, dass er die Leute ja wirklich fast in jeder Story dazu angeheizt hat, seinen Song in Dauerschleife zu hören. Und klar gibt es da auch andere Künstler, mir haben auch einige geschrieben, Petro Lombardi und Co. machen das wohl auch so. Kann man natürlich auch hinterfragen. Ich finde generell Leute, die das dann auf die Art und Weise machen, too much. Man kann Werbung machen, man kann sagen, hört immer einen neuen Song rein und fertig und das auch regelmäßig teilen. Aber wenn man dann dauernd sagt, hört das am besten in Dauerschleife, gönnt euch den Song. Und das dann im Prinzip, ja, nichts wirklich mit dem Talent oder der Qualität des Songs zu tun hat, ob man noch auf Platz 1 chartet. Und zugegeben, auch in den 90ern, 80ern und 70ern gab es Songs, die waren weniger gut und haben es trotzdem auf Platz 1 geschafft in Deutschland. Aber bei 24 Tim muss ich echt sagen, mau, ja, also dolle ist der Song nicht. Es haben aber auch einige runtergeschrieben unter den letzten Videos, die finden den Song ganz okay. Klar gibt es da auch schlimmere Sachen, das möchte ich hier gar nicht sagen. Aber ich meine, da steckt so viel Geld drin, eine Songwriterin und Co. Und denen fällt da nicht mehr ein, also finde ich immer ein bisschen schade. Also wenn man sich jetzt überlegt, was jetzt zum Beispiel eine Nina Chuba oder ein Luciano an Skills besitzen, finde ich es für solche Leute schon einen Schlag ins Gesicht oder an Sam Smith, der hier nun wirklich Talent hat. Meinetwegen auch an David Guetta, der wenigstens ein sehr erfolgreicher DJ ist. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen traurig, ja. Und da das mit diesem Shard-Erfolg im Prinzip auch, ja, die traurige Wahrheit der deutschen Shards bedeutet. Denn es ist ja seit Jahren so, dass die Streaming-Dienste, also die Streams hauptsächlich noch zählen. Es geht ja kaum noch einer wie früher in einen Laden rein und kauft sich eine CD oder eine Schallplatte. Früher musste man sich unter tausenden Interpreten und tausenden von Songs entscheiden für eine Handvoll. Und klar gab es vielleicht auch mal Hardcore-Fans, die vielleicht zwei oder drei Singles sich gekauft haben, um das dann vielleicht der Familie zu schenken oder weil sie das einfach cool fanden, den Interpreten zu supporten. Mittlerweile ist es aber so, man kann wirklich mit seinen Streams, und wenn man das auf Dauerschleife macht, das Ganze schon, ja, fast manipulieren oder eine Wettbewerbsverzerrung schaffen, ja. Also ich will euch das jetzt hier mal erklären anhand eines Beispiels. Auf Spotify hat der Song zur Stunde knapp zwei Millionen Klicks, was ich jetzt gar nicht, oder Streams, was ich jetzt gar nicht so viel fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, der hätte vielleicht schon 10 oder 15 Millionen, aber anscheinend reichen auf Spotify schon 1,8, 1,9 Millionen Streams aus. Wird am Sonntag wahrscheinlich bei 2,5 oder keine Ahnung sein. Das reicht anscheinend schon aus. Ich weiß natürlich, da gibt es ja noch Apple Music und tausende andere Anbieter, und es gibt ja auch Leute, die kaufen das dann digital und möchten den Künstler nochmal zusätzlich supporten. Aber die meisten konsumieren ja Musik mittlerweile über Spotify und Co. Und dann streamt man den Song, und umso häufiger man ihn streamt, umso besser ist es für den Künstler. Deswegen auch immer dieser Dauerschleifen-Modus. Und warum ich das Wettbewerbsverzerrung nenne, auch wenn das einige andere auch machen, ja, nicht nur 24 Tim, und warum man die Charts auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann, möchte ich hier nochmal erklären. Wie gesagt, früher musste man sich unter tausenden CDs und Schallplatten entscheiden, ja. Klar gab es da, wie gesagt, auch Hardcore-Fans, die haben vielleicht zwei, drei Mal dieselbe Single und das selbe Lied supporten wollten, aber das war jetzt nicht die Regel. Die meisten haben sich das dann einmal gekauft und fertig, da musste man sich entscheiden. Mittlerweile muss man den Song gar nicht gut finden und hört da einfach nur mal rein, und schon supportet man auch den Künstler. Kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Warum das im Prinzip auch das Ende der deutschen Charts oder eigentlich die Charts nicht mehr ernst zu nehmen sind, hat man ja in den letzten Jahren auch schon gesehen. Da gab es ja gewisse Künstler, die waren im Hype. Und da muss man dann wirklich sagen, es ist schon ein bisschen schade, ja, wenn man überlegt. Maike Jackson hat alle paar Jahre mal ein Album rausgebracht und dann waren da drei, vier Singles. Natürlich hatte der das viel schwerer, dann 50 Nummer-Eins-Hits zu haben, als wenn jetzt zum Beispiel ein Capital Bra, den ich mag, ja, in einem Jahr zwölf bis zwanzig Singles rausbringt und davon die Hälfte auf eins chartet. Das ist natürlich heutzutage ein ganz anderes Business, aber nun gut. Ich möchte jetzt hier mal drauf eingehen. Der Song geht zwei Minuten. Man muss den Song noch nicht mal durchhören, um 24 Tim zu supporten. Aber, wie gesagt, bei Spotify waren es jetzt bei Aufnahme des Videos noch nicht mal zwei Millionen Streams. Ich möchte euch jetzt nochmal aufklären, was eine einzelne Person in der Woche schafft. Und wenn dann 500 Leute mitmachen und auch 24-7 den Song auf Dauerschleife hören, also immer auf Repeat, das kann man ja alles einstellen, man kann den PC laufen lassen, also rein theoretisch wirklich die Hardcore-Fans alle mobilisiert, ja, auf Spotify und Co. Also wir gehen jetzt davon aus, der Song geht zwei Minuten, den kann man 30 Mal am Stück hören, ja. Also rechnen wir mal 24, ja, wir sind hier live dabei. Also 720 Mal kann man den am Tag hören, theoretisch, wenn man das immer auf Dauerschleife durchspielen lässt. Kann man ja auch auf Stummstellen rein theoretisch, ja. Oder die Boxen nicht anmachen, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Deswegen, dann rechnet man das nochmal sieben, ja, weil man hat ja sieben Tage Zeit, um das in den Charts zu platzieren. Also kann man das pro Person 5040 Mal hören und streamen. Und das zählt dann natürlich auch so einiges dann in die Charts rein. Und jetzt rechnen wir das einfach mal. Ich denke, 24 Tim wird bei einer Millionenreichweite auch mehr als 500 Leute haben. Geben wir jetzt mal von 1000 Leuten aus, die da mitmachen und das in Dauerschleife hören, ja. Oh, jetzt habe ich mich hier vollkommen verrechnet. Mein Gott. Nochmal. Live is live. Wer hat jetzt auch den Ohrwurm? Live is live. So, äh, 24 Mal. Ne, Quatsch. Ja, ihr merkt, ich bin laulich so richtig fit. 30 Mal. Äh, 24 Mal. Sieben. Und dann mal 1000 Hardcore-Fans, ja. Die, das, die ganze Woche auf Dauerschleife durchhören, ja, den PC anhaben. Und ich denke, das ist bei einer Millionenreichweite gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, das waren sogar mehr Leute, ja. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das jetzt so viele sind, dann sind das sogar über 5 Millionen Streams. Und ich habe euch ja erklärt, bei Spotify waren das noch nicht mal 2 Millionen. Also, ihr wisst jetzt, dass im Prinzip auch die Hälfte 500 Leute, können wir nochmal ausrechnen, 540 mal 500. Machen wir es hier ganz genau, 540, äh, 5400 mal 500 Leute, die da hardcore mitmachen. Also, im Prinzip könnten 500 Hardcore-Fans von mir jetzt, ja. Und ich mache jetzt la 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 und suche mir einen Vertrieb, mache Eigenvertrieb und biete das auf Spotify an und kümmere mich um alle Sachen. rein theoretisch schaffen, dass ich 2,7 Millionen Streams habe. Klar, das wäre dann natürlich auch ein gewisser Aufwand, aber rein theoretisch ist das nicht unmöglich, ja. Selbst bei meiner kleinen Reichweite. Und bei einer Millionenreichweite ist es natürlich umso einfacher, auch so viele Streams zu machen auf Spotify. Wie gesagt, knapp 2 Millionen auf Spotify reichen, plus die anderen Anbieter, die ja auch noch mit in die Charts zählen. Und die vereinzelten, die vielleicht wirklich die CD noch gekauft haben. Falls es die überhaupt gab, das könnt ihr mal gerne unten reinschreiben. Gab es überhaupt eine CD noch zu kaufen? Geht man heute noch in den Laden und kauft sich eine CD? Man kann das downloaden und man kann es natürlich dann auf Spotify und Co. streamen. Aber die CD, die Single gab es doch jetzt nicht mehr, oder? Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, das ist hier sogar mehr als das, was auf Spotify bei rumkam. Also auf 500 Leute, die das jetzt so durchgezogen haben, waren es jetzt nicht mal, ja. Sicherlich gab es da auch wahrscheinlich Leute, die haben es dann 10 oder 20 Mal am Tag gehört. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen realistischer, sage ich mal. Aber bei ihm ist es eine Millionenreichweite. Ich sage euch jetzt hier nur, was theoretisch nur möglich wäre, wenn jetzt wirklich 500 Hardcore-Fans jetzt jemanden supporten, würde man auch schon in der Woche auf so eine Zahl kommen. Und ich halte das, ihr könnt mich auch gerne verbessern in den Kommentaren, nicht für unrealistisch und durchaus möglich, dass das dann so abläuft. Ja, hier und da zumindest. Ihr könnt mich natürlich auch gerne unten noch weitere Erklärungen liefern. Vielleicht mache ich nochmal ein gesondertes Video zu den Charts. Finde ich persönlich ganz interessant. Hatte ich euch auch in den letzten Wochen schon immer mal erklärt. Aber wie gesagt, am Ende sieht es dann so aus, dass 24 Tim vor gestandenen Musikern und talentierteren Leuten steht. Und Leute, ja, nicht so hoch schaden, wie er ist ja auch der höchste Neueinsteiger. Also wie gesagt, das ist hier schon eine deutliche Nummer gewesen. Und die kriegen mit ihrer Reichweite und mit einer normalen Bewerbung des Songs auf ihren Social-Media-Kanälen. Und Luciano und Co. haben natürlich auch eine gewisse Reichweite. Denn Sam Smith hat wesentlich mehr Follower auf Instagram als ein 24 Tim. Ja, auch wenn er bald drei Millionen hat und jetzt schon die zwei Millionen geknackt hat. Kleiner Seitenhieb, ja. Dann ist es so. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen 24 Tim und ich habe auch nichts dagegen, wenn talentierte Leute, ja, gute Sachen abliefern. Aber besonders doller fand ich es bislang nicht, was er jetzt da abgeliefert hat. Und deswegen auch das kleine Video, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder, beziehungsweise hören uns. Und dann bin ich hoffentlich bei den nächsten Aufnahmen auch schon ein bisschen fitter. Bis dann und ciao, ciao.